Wir befinden uns im ELA-Stadion, wo am nächsten Mittwoch das Rückspiel gegen Gent in der Youth League stattfindet und wir freuen uns extrem auf das. Schon in Gent haben wir gesehen, was die Unterstützung bringt, also wir haben uns wie ein Heimspiel gefühlt und darum erhoffen wir uns, dass natürlich auch zahlreich wieder die Unterstützung da ist. Es gibt noch Tickets in den drei verschiedenen Kategorien, das wäre der Stehplatz 5 Franken, im Sitzplatz 20 Franken und die VIP haben wir auch noch eingerichtet, das wären 60 Franken mit Getränke und Essen und es wäre natürlich mega, wenn wir eine riesige Stimmung anbringen und ihr uns unterstützen für das grosse Ziel, das wir natürlich haben. Die Frage ist, wie viel Risiko nehmen Sie am Anfang? Wenn wir natürlich ein Goal machen, wird es für Sie extrem schwierig, wir müssen viel Risiko nehmen und wir haben natürlich ganz gute Argumente, dass wir nicht nur ein Goal machen, sondern mehrere, also sie müssen auch vorsichtig vorgehen und darum ist Europa so spannend.